Hallo meine lieben, Ostern steht vor der Tür und ich habe den absolut perfekten Ostertipp für euch. Denn nachdem ihr Sonntagmorgen ordentlich die Schmunzelhasen vernascht habt und die Ostereier im Garten gesucht habt, kommt doch vorbei, denn Ostersonntag ist in Aarhaus Ottenstein im Festzelt eine große Party. Ganz nach dem Motto, der Osterhase ist frei. Ich bin mit dabei, ich hoffe ihr seid es auch, wir rocken Aarhaus Ottenstein. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.